Ja Hallöchen zusammen, ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Kabuno bekommen und zu Duodino und Trifelaco entwickeln könnt. Die Pokémon sind exklusiv nur in Karmessin erhältlich. Wenn ihr die andere Edition habt, dann könnt ihr sie durch Tauscher halten oder auch in die Welt eines anderen Spielers gehen und es dort selber fangen. Solltet ihr niemanden kennen, wo die Edition hat, dann könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server joinen, euch dort connecten und die Editionsexklusiven miteinander tauschen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Hier seht ihr jetzt die Habitate, in denen es überall vorkommen kann. Und ich bin in der östlichen Zone 3, südlich vom Pinociores Ost Poké Center beim Eingang einer Höhle. Und dort drin können wir Kabunos fangen. Die sind eigentlich gar nicht so selten, sollte also easy ohne Sandwich gehen. Und ja, entwickeln tut sich Kabuno dann einfach ganz normal ab Level 50 und Duodino entwickelt sich dann bei Level 64. Ja, das war's dann auch schon wieder. Macht's gut und Paris Athen. Auf Wiedersehen! Und dann können wir die